Entschuldigung, bitte. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Also nochmal, heute haben wir geschlossen. Morgen ist wieder geöffnet, dann können Sie gerne vorbeikommen. Okay, dann stehen wir Ihnen wieder zur Verfügung. Entschuldigen Sie bitte. Ey Arschloch, was ist los? Bist du blind? Wir haben geschlossen, okay? Dein Gequatsche geht mir tief in den Zeiger. Sie können kommen, wir haben doch einen Tisch frei.